Nicht so schnell, wir müssen zu der alten Burg. Ich bin froh, dass es hier noch so, wie heißt es, so einen Weg gibt. Seid nicht so schnell. Ich bin nicht so schnell. Ja, ja, Max. Ich komme noch, geht ihr schon mal vor. Ich muss noch mal Pippi machen. Ja, okay, komm, Lucy. Nicht so schnell, bleib stehen. Schau mal, hinter dir, die Burg. Oh, wie cool. Die Burg, das ist ja mal cool. Wie kommen wir denn da jetzt rein? Wir müssen noch den Piraten retten. Ja, du hast recht. Das machen wir jetzt mal. Komm schon. Ich gucke mal, ob wir vielleicht den aufkriegen. Ich kriege es nicht auf. Was ist denn das? Da sind ja ganz viele Leichen drin. Schnell, komm wieder raus. Die Tür schließt nicht. Wieder. Endlich. Das war ja gemein. Wir gucken mal, ob sie hier noch nicht schließen wird. Ja, Lisa, du hast recht. Komm, Lucy. Was macht denn Lucy da oben? Da kann man doch gar nicht lang. Aber da ist eine Tür. Ja, da kann man aber nicht lang. Gehen wir mal hier weiter. Oh nein, ich bin gestolpert. Alles gut? Ja, alles gut schon. Ich gehe lieber hier hinten hin. Ich muss auch nämlich mal Pipi machen. Oha, ich habe eine Tür gefunden. Komm, schnell. Ja, Max, ich komme. Komm. Sie schließt sich wieder. Wir sind im Zimmer, in den Leichen im Zimmer. Ja, ziemlich gruselig hier. Ja, du hast recht. Wir sollten mal reingehen. Mal schauen, ob wir hier was finden. Ja. Hier, eine Treppe. Geht hier doch lang. Ich mache sie mal auf. Hier geht's hoch. Ein Aufzugsschatz. Ganz oben sind wir jetzt. Wo ist der Pirat eigentlich? Was habe ich im Unteren gestockt? Wir sind drin. Wie cool. Der Pirat lebt anscheinend noch. Man hört ihn ja noch aufnehmen. Ja. Wir legen es auch erst mal hin. Und gucken mal, was passiert. Wer bellt denn da so? Was ist denn, Bello? Da wird schon wohl nichts sein. Ach du lieber Gott. Der Pirat ja und Kinder. Der Pirat muss schnell repariert werden. Ihr seid gar keine Leichen? Natürlich sind wir keine. Wir sind nur in Ohrmacht gefallen. Repariert. Tschuck, tschuck. Noch nicht fertig. Vielen Dank, Kinder. Ihr habt mich gerettet. Das war lieb von euch. Haben wir doch gern gemacht. Immer gern. Wir helfen immer. Wir sind ja schließlich die Super. Der Super Team. Wir sind ja schließlich Bis bald!